Hallo meine Lieben, heute erkläre ich euch den Lucky Dog. Der Lucky Dog ist ein Begriff aus der NASCAR. Die NASCAR ist eine Autorennserie aus Amerika, wo viele bunte Autos ganz schnell im Kreis fahren. Wenn es rumpelt, wenn es scheppert, wenn es knallt oder schlicht und ergreifend im Dubio Pro Debris, wie Kollege Fink zu sagen pflegt, dann wird das Rennen eben abgewunken, und zwar mit Gelb. Und dann ist das erste Fahrzeug, das sich nicht in der Führungsrunde befindet, in der Lage, sich zurückzurunden. Und dafür gibt es eben diesen Begriff Lucky Dog, weil der Hund einfach schreinemäßiges Glück hatte, weil er genau in dieser Position ist und damit wieder in der Führungsrunde und damit wieder um den Sieg kämpfen kann. Das meine Lieben ist der Lucky Dog. Bis zum nächsten Mal, denn da erkläre ich euch, wie man das an einem Golfmotor einem prima Bootsamt erbaut. Ja, so lange will ich euch jetzt noch ein Mal sagen,